genial er geht mit seinem scheiß halb halb der halbgaren cosplays alles ich denke dass der letzte parley sind der man von mir was ich brauche die hau-boy-schuhen wo bin ich du bist da bin bei mariohose mariohose geht das dauert noch ein bisschen ist das donner das war mein zweich das warst du nicht guck doch leute werbel bei kastorama dabei sein schreibt an diese e-mail-adresse die gibt es außerdem echt schreibt euch mal was ich will sehen wer schreibt euch glückspilz da mal ich bin ein echter party-junge ich denke ich konzentriere mich ein bisschen auf cowboys ich trinke jetzt mein wasser eis aus gehe weg 1 2 3 4 5 6 ich würfe eine 6 und dann klaue ich von jemanden egal ich mache es einfach ja 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 ich dachte du schlägst mich jetzt oder so nein ich bin kein mieser bohr herren zu bohren es ist kein schlimmer mann hier ist eine e-mail-adresse sie selber von vorher also ich kaufe von jemandem das kauer outfit okay was muss ich machen so muss immer so fluch okay ich muss was bei Mario Party 10 da steht die steuerung von dem gamepad auf dem gamepad ja das echt besser auf Mario Party DS da steht immer deine steuerung wieso konnten die es nicht einfach hier so machen also was legen wir einfach los also ich werde einfach alles muss ich machen nur los weg laufen einfach von mir okay du verschwindest nicht sofort wenn ich dich bürre hey hier kommt der alien boy los geht's also gönn dir der fett sagt der immer glücklich ist das bin ich das bist du ich bin ein so ich bin okay hey hey junger Mann komm her komm her ich kill's dir deinen Arsch dankeschön oh fuck erik 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 dieses mal wirst du verlieren erik 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 hör auf erik ah geh weg du bist gewonnen ich bin böser alien ich bin ausgerutscht ausgerutscht ich renne meine rakete die anderen beiden sind jetzt schon hackflash du lässt dir jetzt einfach in stich ich mag Spendix nein tust du nicht du Lügner du Lügner whoops okay fotografieren wie die Handgelenkslaut das ist die Fante für die die es nicht bemerkt haben wir machen einfach Screenshots durch den Part für die Thumbnaider ich sonst keine gute Möglichkeit habe Thumbnails zu machen also bedankt euch bei Hiroshima entschuldige ich entschuldige mich an all diese Atombomben Opfer unter euch denn es gibt ja definitiv welche unter euch schimpf und als jetzt echt so ein nicht japanischer Zuschauer und einfach so mit seiner Crusherama Mütze und kleiner Fahne fuck du Wichs enttäuschtes Kopfschütteln und dann auf Thumbnail ja einfach darum runter weil er noch sehen will wer gewinnt letzte Runde jetzt bin ich aber gespannt also wir haben Gleichstand also wenn du nicht durch die Mode Boutique ah ne am Ende werden ja noch alle zusammengezählt echt? sicher? ja also jetzt bin ich gespannt also es hängt ab von mir alles hängt ab von dir ich mag dich bist du sicher am Ende werden noch mal alle durchgezählt? glaube ich mal ich weiß nicht okay ich kann sowieso nichts mehr rechnen ich glaube an dich eine fünf sechs sieben Wölfen? scheiß auf bitte nicht Mode Boutique sonst kannst du die Kabelstiefel ohne genial ist es Mode Boutique? ja du bist so dreckig ich bin ein dreckiger Boy aber auch ein glücklicher Boy das ist wahr das ist wahr nur weil ich einmal sofort Puppertär zur Mode Boutique hinrennen musste ja weil du cool bist ich war immer der Typ der am weitesten hin am weitesten hinterher wegschneiden genial toll ne 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 alles ist okay ja dann hol ich mir halt jetzt noch ein ganzes Outfit readymade readymade warte klickt man da alles bei diesen Dingern? alles 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 warte okay dann muss ich mal schauen äh wieviel geben dies gibt 1 2 3 4 5 das gibt nur 10 leck mich am Arsch fick dich du nicht ähm das sind 1 2 3 4 5 6 7 8 das sind dann 16 aber da kriegt man nur hohe ah soviel hab ich nicht magst du schaffst du schon da krieg ich 10 das sind 1 2 3 4 5 und das Ding gibt 6 7 oh okay dann muss ich mir jetzt hier das Stein zeigen true mendon fuck das ist kompliziert ich hasse dieses Spiel 42 lege dieses Spiel so wenn ich die dann bekomme dann sind das tatatatatatatatatatatatat warte bei Mario kriegt man da dann mach doch irgendwas dann lass doch eine Sekunde er kriegt dann 10 dann hol ich mir einfach das ist mir egal dann hol ich ich würfe einfach eine 1 ich hab keinen Zeitlupe würfeln du idiot ich muss jetzt einfach hoffen okay ist mir egal was es gibt 3 ich krieg Clown Outfit geiler kann ich noch mein Outfit wechseln eigentlich Kann ich mein Outfit wechseln? Ja, natürlich. Okay, geil. Ja, davon kann ich mich leicht lösen. Irgendwie passt dieses Hemd voll gut. Dankeschön. Mann, armer Haijang. Haijang, Haijangs Name sieht so aus, als hätte man genießt und dann hat man seinen Kopf auf die Tastatur gehauen. Nee, einfach, ich dachte, das ist doch so ein richtiges Niesgeräusch. Haijang! Haijang! Ja, das sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht. Das ist so ein Opfer. Eriks. 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 Ah, der, der jetzt gewinnt, darf das nur präsentieren. Wirklich? Wie geil. Trendsetter ist so ein geiles Spiel. Wie geil, Junge? Nein, Alter. Scheiße. Ah, das ist so ein richtiges Psychospiel. Probiererhüte an, um Punkte zu halten. Du bekommst jeder keine Punkte, wenn andere Spieler den gleichen Hut tragen. Drei Punkte gibt es schon. Okay, cool. Oh Gott, oh nein. Ich muss das gewinnen. Das ist so ein richtiges Psychospiel. Also der, der jetzt gewinnt, gewinnt das Spiel, denn wir haben Gleichstand. Haben wir nicht. Doch, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Ah, doch, haben wir nicht. Du darfst nicht gucken. Oh Gott, ich will nicht. Ich hab mich entschieden. Ich auch. Ich bin Piratenboy. Und du? Ich bin Mario. Scheiße, du Nutze. Ich hab gelogen. Ich bin Piratenboy. Das bringt dir nicht mal was, wenn du schon reichiger bist. Ich hab gedacht, wenn du, weil du bist nie der Typ, der immer das Beste nimmt. Ja, ich bin... Deswegen hab ich gedacht, du hast wieder die Mario-Mütze. Ja, oh, Higgs Young, du Spass. Wieso hab ich nicht die Mario-Mütze? Ich hab garantiert die Mario-Mütze gewählt. Ja, jetzt sei doch froh, okay. Ich schwör, du hast wieder die Mario-Mütze, oder? Nee, dieses Mal nicht. Nee, 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 nee. Überhaupt nicht. Nee, dieses Mal nicht. Jetzt eine. Nee, nee, nee. Oh Gott. Warum seid ihr so schein... Ich hab die Mario-Mütze. Ich kann sowieso nicht. Ich hab die Mario-Mütze. Wirklich? Ja. Nee, hast du nicht. Du hast die Krone. Weil du weißt... Wir sind alle Verlierer. 0, 1, 2, 3, guck mal. Ja, ich mein, du kannst eh nicht mehr gewinnen. Du bist voll scheiße. Ich bin voll Anthony. Alter. Fuck, der ist jetzt Gleichstand mit mir. Nein. Ich bin sogar letzter. Das bringt niemandem was. Jetzt müsst ihr würfeln. Erik. Erik, gewinne. Erik. Das ist nicht mein Screenshot. Doch. 6. Fuck. Ja, Erik. Da hatte ich noch ein ganzes verschissenes Outfit. Yeah. Schau mal, ich bin so traurig. Erik erreicht als erster die Bühne. Dann werfen wir mal einen Blick auf dein Outfit. Der bestimmt jetzt auch den letzten Scheiß. Wieso gewinnt er dann? Penner. Ich will nicht mehr. Wir haben Gleichstand, du fucking Spaß. Das bringt ihm sowieso nichts. Das war's. Wir haben Gleichstand. Also niemand gewinnt. Jetzt halt die Funnel auf und tu sie auf beide Seiten. Okay. Da haben wir beide einen halben Punkt. Hier ist die Animation und auf beide Seiten. Da haben wir's. Genial. Oh, das ist ein schönes Funnel. Ey, Alter. Wir sind alle Freunde. Also das war's mit Wii Party U. Ich denk, der Rest der Spiele ist vollkommen irrelevant. Ja, das ist wirklich scheiße. Ich denk, das ist das Warte. Warte, geh noch aufs Hauptmenü. Ich guck noch. Also Hausparty können wir nichts machen außer ihr wollt. Ist mir scheißegal. Ups. Dann ist es das Finale, oder? Ja. Okay. Okay. Ich guck mal. Ich guck mal.